Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris, und heute gibt es ein erneutes Live-Kommentary, und zwar Black Ops Team Deathmatch auf Firing Range. Yeah! Und ja, das wird nicht die einzige Runde sein, ich werde danach hoffentlich noch ein wenig Herrschaft spielen. Wobei, Herrschaft, da kann ich euch jetzt schon sagen, ich bekomme da aufs Maul. Aber guck mal erstmal, was ich hier... Oh nein, 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 Mist, Mist, ich muss meine Kürze anändern. Weil ich hab nämlich diesen... Das hier mit 7 RCXDs sollte man bekommen, und da hat man schön viele Erfahrungspunkte bekommen, weil ich noch so ein kleiner Low-Leveler bin. Also ich bin irgendwann mal ins Prestige gegangen, weil ich dachte, ich ruhe das Spiel nie mehr an. Aber das hat sich ja nun geändert, und ich bin Level 19 momentan, und will schnell, ja, leveln, damit ich dann die Galil habe, und irgendwann dann auch mal die Auk. Und dann jetzt richtig los. Aber erstmal ein bisschen hier mit der MP5 abräumen. Ich hoffe mal, das klappt, weil die MP5, naja, ist jetzt nicht so ganz meine Lieblingswaffe, aber na, es geht einiger. Nein, kletter die Leiter nochmal hoch. Ja, er hat's geschafft. So, jetzt kommt hier nämlich ein Gegner. Also, jeden Moment müsste das der Fall sein, oder auch nicht. Scheiße. Komisch. Also ich wär hier langgelaufen. Oh, was ist denn hier los? Mensch! Näh, du... Du gehst da nicht hoch. Niemals. Oh, 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 das will ich haben! Ja! Mmh, Mörderteil! Yeah! Geil! Okay, ist hier ein Gegner? Ich will das benutzen! Äh! Nein! Nein! Ich hab nicht getroffen! Scheiße! Och, Mann, es gibt's doch nicht! Ja, und dann... Mann, das ist ja hier unerhört! Oh, AKU! Mensch, lange nicht mehr benutzt, das gute Stückchen! Oh, 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 oh! Und die ist immer noch so gut! Ich hab Angst! Ich nimm mal lieber meine MP5! Mein treues, gutes Stückchen! Oh, da ist eine! Achso, das sind meine Schritte! Ah! Ah! Oh! Gott! Mann, heb doch auf! Nein! Mann, 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 Mann! So ein Vollidiot! Hä? Na, da soll... Nein, nein! Komisch! Ich kann nicht durch Aluminium schießen! Das ist ja unerhört hier! Ah! Igitt! Was war denn das für eine Scheiße? Gott! Egal! Erstmal ein supercooles Paketchen anfordern! Oh, ja, 2000 Punkte! Gott! Nein, nein, nein! Äh! Ich will nicht sterben! Noch nicht! Ja, ich hab überlebt! Nein! Und ich bin gestorben! Verdammt! Was ist da drinne? Was ist da drinne? Was ist da... Achso, dieses Ding! Hm... Dieser Raketenwerfer! Was hast du denn da für eines? Na, Galil? Welches Level war denn denn? Hm, klar! Naja, dann... Oh, klappt ja! Nein, die Galil ist nett! Die Galil ist gut! Ah, Igitt! Mann! Da hat er mich mit meinem eigenen Ding getötet! Na, toll! Der ist Level... Achso, der hat jetzt eine HK. Na! Ja, klar! Ich komm mit so einem schweren Geschützen einfach nicht zurecht. Da braucht man ja Jahrzehnte, bis man reingesucht hat. Jetzt hat er wieder eine Galil. Oder war das derselbe? Ich seh da irgendwie nicht durch. Ah! Tja, Nachlernen ist ein bisschen dumm, wenn man zum Gegner läuft. Oh! Na, Auk! Die will ich haben. Geil, Na, Auk! Na, Auk! Oh, mein Lieblingsge... Lieblingsge... Oh, ja! Also, man, das hört sich jetzt doppeldeutsch... Ha! Uh! Doppeldeutig! Ah, schönes Ding. Okay. Aber ich hab jetzt mein Lieblingsgerät hier am Start. Ich mein, die Auk ist einfach genial! Und ich wär beinah gestorben. Ja, klar, Mensch! Da sind zwei Gegner! Mann! Egal. Hauptsache, ich hab ein bisschen mit der Auk gezockt. Ja! Die Auk! Hm! So, jetzt mal wieder aufs Neue hier so ein kleines Paketchen anfordern. Hoffen wir mal, dass wir diesmal nicht sterben. Und diesmal... Ja! Bekommen wir was richtig Geiles! Was jeder braucht. Und zwar eine Counter-UAG. Ähm... Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich... Ach, Mann, wieso haben die denn jetzt ne... Was will ich denn mit einer Farmers? Egal. Haha! Was hast du? Na, AKU! Mann! Hast du ne Auk? Nein, natürlich nicht! Ich will mein Auk haben. Leute! Nein! Was macht der denn da? Was macht der denn da? Ach ja, Black Ops. Hm, schade. Ganz vergessen. Naja. Äh... Äh... Ich hab Angst. Ist der da immer noch? Ich wette, der ist da immer noch. W- Äh! Äh! Ich dachte, der ist auch dort irgendwie... Aber doch nicht auf dem... Was macht der denn auf dem Auto? Oder im Auto? Ah, Mann, ey. Die Leute haben echt Probleme. Ich meine, ich... Wie kann man denn da bitte Spaß dran haben? Oh-ha! Natürlich! Natürlich! Wieso bekomme ich jetzt aufs Maul? Das nervt mich. Nein, 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 nein! Ja! Toll! Toll! Boah! Was hat der... Mann, wieso haben die denn... Ich will meine Auk haben. Leute! Wieso spielen dann so wenig mit der Auk? Na, na? Ja! Hahaha! Ja, er hat die Auk! Oh! Boah! Der Junge weiß mit, was man spielen sollte. Und ich hab ein Problem. Na, den wollte ich aber gerade töten. Oh, ich bin... Hä? Ich hab doch voll viel Tode kassiert. Naja, egal. Ne KD von 2,56! Ja! Ah, das sagt so viel aus. Oh! Naja, okay, schön. Also, hat ja schon mal geklappt, ne? Also, die erste Runde. Ja, coole Sache. Ähm, und jetzt werde ich ein wenig Herrschaft spielen, wo ich hoffentlich Flangen einnehmen werde. Ah, die Galil. Ah, die Galil. Oh, Leute! Ich hab die Galil. Ich bin zufrieden. Also, erstmal ne Klasse erstellen mit der wunderbaren Galil. Äh, wo haben wir die da? Kaufen. Dual Max. Und. Ja, ich weiß nicht. Oh, Schalldämpfer oder Dual Max. Ich lass mal bei denen. Ich nehm die Dual Max. Max. Oh, oh, oh. Okay, Ninja, was haben wir denn da? Move Silently. Ha, 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 ha. Äh, ja. Was nehm ich denn da, Feines? Ist das gut? Ich glaub, das hab ich früher mal recht oft genutzt. Ja, glaub schon. Das muss doch gut sein, oder? Na, komm! Destroyed. Ah, okay. Äh, ha. Oh, Gott. Naja, äh, oder ich nehm, ne, ich nehm Marathon erstmal. So, und dann werden wir mal ein bisschen Herrschaft spielen. Ja, und gucken, was wir so alles, äh, erreichen werden. Aber ich sag euch, ich werd ein bisschen verkacken. Aber nehmt es mir nicht übel. Ich hab euch ja schon gewarnt, also von daher. Nein, wird schon, wird schon schief gehen, wird schon schief gehen. Äh, gucken wir mal, was wir hier so alles noch, äh, ja, annehmen können. Ne. Gibt es denn nichts für irgendwie... Die Galil oder so? Ne, ne, ne. Using the sleight of hand perk. Hab ich das nicht irgendwie... Hm. Oh, da sollte ich doch mal noch schnell sleight of hand reinmachen. So, und gucken wir mal, hab ich das jetzt eigentlich... Ja, wa? So, 40 Minuten hab ich Zeit. In the jungle. Egal, Summit. Ja, Summit ist doch ne nette Karte, oder? Ja, die ist schon ganz gut. So, gucken wir mal. Mensch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Okay. Sollte reichen. Und, ähm, ja, Summit hat jetzt hier, ja, die absolute Mehrheit, wenn man so möchte. Ähm. Mann, ich soll hier irgendwas anderes noch nehmen, oder? Ich glaub, ich nehm mal das hier. Ah. Naja, egal. So viel Geld hab ich noch wieder nicht. So, los geht's. Ah, Summit. Yeah. Also, ich werd diese Runde mal versuchen, nur Flaggen einzunehmen. Also, vorwiegend Flaggen einzunehmen und mal jetzt so auf Kills eher so zu scheißen. Weil, naja. Ich denke, die meisten wollen hier wahrscheinlich viele Kills machen. Ha. Und dann komm ich und nehme die ganzen Flaggen ein und nerven die Gegner. Und ja, das wird ein Spaß, Leute. So, geht's los? Na, los. Okay. So, hier meine super coole Galil. Dann werd ich mal gleich zu besprinten. Während die anderen zu C gehen. Oder während einer zu C geht. Natürlich. Hallo. Ah. Kann man hier so einnehmen? Nee, schade. Das wäre phänomenal gewesen. Und ich hab den getötet. Wow. Wow, 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 wow. Was ist denn mit dem los? Na? Kommt da jemand? Da kommt immer jemand. Ah. Nein. Mist. Oh, beinah hätte ich ihn gemessert. Beinah. Schade. Nein, wir verlieren nicht B. Wir verlieren nicht B. Au. Okay. Ich verliere mein Leben. Scheiße. Nein, 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 nein. Ja, ich hab's verteidigt. Oh, ja. Hm. Oh, ich bin tot. Mann, woher ist der denn jetzt gekommen? Der hat sich dort versteckt, oder was? Okay, okay, okay. Finde ich nervig. Finde ich, finde ich nicht so schön. Aber. Mann. Ich muss B verteidigen. Oh, da ist jemand. Ah, den hab ich gehört. Na, vielmehr hab ich nur die Schüsse gehört, aber... Das reicht ja schon aus. Hahaha. So. Wir haben auch eine UAV. Wie? Okay, mein Polizist. Oh, oh. Oh, oh. Mein Gott, ey. Immer mit dem Last Stand und dem ganzen Gedöns. Ah, scheiße. Mann. Diese ganzen Ghostbitches. Naja. Schade. Mann, was sind denn das für Leute? Die sollen mal nicht so rumquietschen. Wo ist der denn? Hä? Achso, da. Naja. Ähm. Ne, A nehme ich doch jetzt nicht ein. Nein, das wäre ja ein bisschen... Pff. Der bekommt mich natürlich auch nicht mit. Wieso? Ähm. Ja, was mach ich denn nun? Oh. Oh. Na, da scheint aber ordentlich das los zu sein. Nein, es gibt's doch nicht. Na? Na, taucht er noch auf? Nee, wa? Losing B. Hehehe. Ich werde den mal jetzt ordentlich einheizen hier. Zack. Oh. Joho. Und? Krieg ich einen Kill? Nein? Kein Kill? Doch, ein. Ja. Was? Wie? Was für eine Reichweite ist das denn bitte? Kacke. Naja, okay. So enorm war das nun aufwendig, aber trotzdem. Gott. Schade. Mann, der mit seinem Last Stand. Was soll denn dieser Blödsinn? Na, du machst das schon. Ähm. Ja. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass hier Rauch am Start ist, aber keine Gegner. Naja. Ja, klappt doch. Ja, Leute, man kann auch durch Aluminium schießen oder was das auch sein soll. Enemies-Fly-Plane in coming. So. Ich hoffe, ich... Nein! Zu spät. Schade. Aber wenigstens ein paar getötet. Das heißt, zurück zu C. Oder... Ja, genau. Mist, ich kam da nicht mehr. Ne, das schaffe ich, glaube ich, nicht, oder? Nein! Wieso? Egal. Ich verteidige B. B ist wichtig. Das ist so ein zentraler Punkt, den man verteidigen soll. Oder sollte. Äh, da kommt keiner. Wollen die mich auf den Arm nehmen? Oh, hier habt ihr noch eine Aufklärungsdrohne. Aha. Na, da kommt doch noch... Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Mist, schade! Oh! Mh! Mann! So ein Dreck. Naja. Das passiert, wenn man nicht aimen kann. Oh, da komm ich doch mit. Oh. Das hätte ich vielleicht doch nicht getan. Oder tun sollen. Mann. Oh, ich bekomme sogar Kills. Oh, ah! Ich muss es verteidigen! Ja, ich weiß. Eigentlich sollen wir ja nicht drei Flaggen einnehmen. Aber scheiß drauf. Oh, oh. Ja! Genau! Das war gerade... Scheiße. Ey, kommt Leute, das ist doch nicht normal. What? Na? Jump! Ne, B ver... Ich dachte gerade, wir verlieren B. Das irritiert mich immer ein bisschen, weil wenn man auf die Flagge zielt, dann ist es ja immer so, dass man... Also, dass die... Dass der Buchstabe verschwindet. Dass man dann freie Sicht hat. Wow, wie ist denn das passiert? Ach ja, da gibt's ja hier Fenster, Mensch. Ah, ja, und ähm... Das ist ja in MV2 und MV3 nicht der Fall. Und Black Ops ist nun ein Spiel, was ich nicht so häufig gespielt habe. Deswegen irritiert mich das halt immer noch ein wenig. Aber naja. Passiert, passiert. Ja, kommt doch. Hä, 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 hä. Äh... Oh. Schön in eine Blendgranate reingelatscht. Hm, was mach ich denn da nun? Oh, oh. Blöde Idee, blöde Idee, sehr blöde Idee. Ja. Den habe ich jetzt vollkommen ignoriert. Aber trotzdem haben sie nicht zwei Flaggen. Ha, sie verlieren nämlich trotzdem. Auch wenn sie viele Kills haben. Aber das bringt ihnen gar nichts, wenn sie verlieren. Schlampen. Ha. So sieht's aus. Okay. Oh. Wow, 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 wow. Ah! Nein, ich bin tot. Mist. Egal, dann verteidige ich mal kurz C, denn ich denke, dass sie da langlaufen werden, oder? Nein! Gibt's doch nicht. Kein Schwein zu sehen. Ist ja erstaunlich. Aber hier kommt der... Okay, ich muss mich jetzt nicht aufs Radar verlassen. Okay. So. Dann müsste der dort irgendwo herkommen, oder? Ha, ha, ha. So. Ah, scheiße. Mann. Gott, diese RC-XDs. Was soll's. Nee, da kommt keiner. Mann. Ich weiß immer nie, wie ich laufen soll, weil die versuchen anscheinend gar nicht erst, die Flangen einzunehmen. Was sich mich ein bisschen verwundert, aber okay. Sollen sie halt nichts einnehmen. Oh, ich hab einen Kill bekommen. Ha, geil. Also, mit so einer Granate einfach mal so just for fun geworfen. Oh, oh. Oh, oh. Mann. Da überrennen die mich einfach mal eiskalt. Dann werde ich die mal... Zack. Bisschen einheizen wieder mal. Eine schöne, kostenlose Sauna. Bisschen zu heiß, aber was soll's. Die kommen doch gleich. Oh, oh. Ja, Mensch. Cool gewonnen. Ja. Hahaha. Ach, Leute. Oh, cool. Wieder mal hier der Beste, obwohl ich oft gestorben bin. Oh, die waren ja nur zu dritt. Oh, die armen Leute. Oh, Mensch. Von ihren eigenen Teamkameraden im Stich gelassen. Das muss schmerzen. Egal. Äh, ja. Das war's. Bin ich nochmal aufgelevelt, oder was? Cool. Level 21. Ja. Ich nähere mich der Auge. Coole Sache. Ja, ähm. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, mir hat's Spaß gemacht. Auch, wenn ich das Spiel eigentlich nicht so ganz mag. Aber scheiß drauf. Ähm. Ja. Mensch. Und, äh. Vielleicht zeige ich mal nochmal ein bisschen Black Ops. Je nachdem. Also, Black Ops 2 kommt der Ewald. Da werde ich dann mit Marius ein paar Live-Commentaries machen. Weil er kommt dann halt zu mir. Und dann können wir da ein bisschen zocken. Hier. Ne? Haha. Ich hol's mir ja nicht. Aber egal. Und, ähm. Ja. Dann kommt halt auch irgendwann mal Black Ops 2. Und wieso steht hier eine 6 und da auch eine 6? Das verwirrt mich. Ähm. Ja. Und von daher würde ich erstmal sagen, tschau Leute. Und man hört sich beim nächsten Mal. Yeah. Also, tschau. Haut rein. Viel Spaß. Und, ja. Hast du nicht gesehen. Ne? Tschau. Ach ja. Ja.